Ich war schon da, jetzt packe ich aus. Da wäre eine Erinnerung wach. So ein Angeber. Geschämt hätte ich mich. Liebe Berlinerinnen, liebe Berliner, verehrte Dschungelcamp-Fans. Heute Abend geht es endlich wieder los. Dschungelcamp 2015. Zum ersten Mal mit gleich vier Kandidaten aus der Hauptstadt. Und ich als erster und bisher einziger Dschungelcamp-König aus der Hauptstadt möchte Sie ganz herzlich einladen zu einem exklusiven Blick hinter die Kulissen. Jeden Abend live und exklusiv von meiner Couch.